Ich glaube, das eine ist, dass wir die Frage nach äußerer und innerer Sicherheit klar beantworten müssen. Und ich glaube, gerade was die äußere Sicherheit betrifft, wird es in dieser Legislatur noch einige zusätzliche Herausforderungen geben. Die Europäische Union stabilisieren, ganz entscheidender Punkt nach dem Austritt der Briten. Ich möchte nicht in britische Verhältnisse kommen, sondern ich möchte, dass wir mit Polen, Franzosen und den anderen europäischen Ländern diese Europäische Union erhalten können. Und das ist nicht sicher, sondern dafür braucht man die Garantie, dass die Zusagen, die wir uns hier geben haben, auch was zum Beispiel Zuwanderung und Grenzen betrifft, auch eingehalten werden. Da gehört ein Schutz der Außengrenzen dazu und gehört eine Vervollständigung der Währungsunion dazu und eine faire Steuerpolitik.